So und damit Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Waisen. Im letzten Part haben wir uns hier unter Hogwarts ein bisschen durchgeprügelt, durchgemetzelt, wie wir es auch immer nennen möchten. Und jetzt gucken wir erstmal unseren Stand an, was wir denn aufwählen müssen. Eigentlich gar nichts. Wie viele Erfahrungen brauchen wir eigentlich noch fürs nächste Level? Okay, das sind 80 Erfahrungen. Ja, sollte ich machen. Und erstmal ab nach oben. Die Erstklässlerprofessor mit Gunnigal. Wow, was für eine Ankündigung. Willkommen in Hogwarts. Einführungsfeier beginnt... Achso, die Einführungsfeier beginnt in Kürze. Wir werden feststellen, in welche Häuser ihr kommt. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin. Ihr habt gemeinsam Unterricht und schlaft in diesem Haus mit den Punkten, die ihr für euer Haus verdient. Könnt ihr möglicherweise den Hauspokal gewinnen. Pst, was sind das für Punkte? Wenn du große Leistungen vollbringst, bekommst du Punkte. Wenn du jedoch die Regeln verletzt, werden Punkte abgezogen. Am Ende des Jahres werden sie zusammengerechnet und das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Wie werden wir denn ausgewählt? Ich glaube, wir müssen mit einem Troll kämpfen. Folgen wir bitte. Okay. Verlose Professor. Wobei, alle Rennen sind schön hinterher. Und was machen wir, wie immer? Den Ladebildchen drücken, wie auch nichts wollen. Du hast den sehr erfolgreich überquert und den Weg durch die Kerke gefunden. Jetzt bist du also endlich in Hogwarts angekommen. Ja, sind wir. So, und jetzt das, was ich eigentlich vorhatte. Ne Mösch. Ach... Nee. Nee, 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 nee. Verschlossen. Nee. Ist doch blöd. Verschlossen. Ist blöd. Verschlossen. Jetzt aber nicht hier ist auch verschlossen. Eww. Tatsache. Nur 10. Nur 10. Nur 10. Können wir raus. Verschlossen. Wir sind eingesperrt. Mensch. Stundengläser. Alle Häuser 50 Punkte. Naja, kleine Bildstörungen, aber... ... bin ich da noch rum. Ich hoffe, wir kommen in das selbe Haus und vor allem nicht nach Slytherin. Sie sind nicht alle böse, aber dort leben einige ganz fiese Typen. Naja, zumindest verallgemeinert zwar nicht. Willkommen, Erstklässler. Ich bin Elvis Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts. Bitte begebt euch zu eurem Tisch, sobald ihr einem Haus zugeteilt wurdet. Ach so, er singt. Alle Zylinder und Schickenkappen sind gegen mich doch nur Jammerlappen. Ich weiß in Hogwarts am besten Bescheid. Ich bin für jeden Chill bereit. Setz mich nur auf. Ich sag's euch genau. Wohin ihr gehört, denn ich bin schlau. Granger Hermine. Achtung. Was für ein Cut, ey. Grifleur! Das sah komisch aus. Gut frisst Kopf. Potter Harry! Na, frisst du wieder'n Kopf? Jo. Nicht Slytherin. Bloß nicht Slytherin. Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach... Link feels Gott sogar Raven kam. Acht komm. Gryffindor! Ja.. du musst total lange überlegen. Er ist doch Lorenz trafen, Boris von Haferpux! Ja, Haferpups sind die besten! Das ist... Slytherin! Slytherin! Wir sind die Größten! Das ist er! Der berühmte Harry Potter! Schade, dass es hier kein Tisch für Muggels gibt, Potter. Ja, super. Ja, ja, ist gut. Du bist... Irgendjemand, der nicht reden möchte. Du bist... Du scheinst ein feiner Kerl zu sein, aber das ist nicht dein Tisch. Nein, Hufflepuffs Tisch. Das war der Hufflepuff-Geist. Na, gucken wir uns hier unten den liebsten Tisch an. Welchen Geist haben wir denn da? Ja, tut mir leid, aber das ist nicht dein Tisch! Ruvina Ravenfall. Ja, das wissen viele nicht. Wusste ich auch lange Zeit nicht. Sir Nicholas de Missy Porping Dawn, Hausgeist von Bryffindor. Ich wohne im Turm. Was kann ich für dich tun? Ist das der Tisch von Haus Gryffindor? Ähm, normalerweise schon. Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Also, ja. Harry, komm hierhin! Na danke, ich fühlte mich etwas verloren. Also, ab zu Hermine. Und er läuft zu den anderen automatisch. Hm. Ja. Er ist der Mann mit dem scharfen Gesichtszügen dorthin. Er scheint mich zu hassen. Das ist Snape. Er lehrt Zaubertränke und ist Hauslehrer von Slytherin. Ich behalte ihn gut im Auge. Der Witz dem Turban ist Quill. Er unterrichtet Verteidigung gegen die dunklen Künste. Man sagt, Snape sei scharf auf seinen Job. Okay. Und er hat dann gedacht, ach Ron. Ich wurde für Gryffindor ausgewählt. Gut gemacht, Ron. Dann sind wir jetzt alle zusammen. Was meinst du mit mir? Ähm, mir. Egal. Erste Klasse, falls ihr euch an den Film erinnert. Na? Die Zeromanie ist zu Ende. Willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Das Bild vom Film ist eröffnet. Also, große Mutter Aria. Ich hoffe, euch hat das Bankett gefallen. Macht euch jetzt auf den Weg, eure Häuser zu finden. Ich hoffe, ihr habt schnell genug gegessen gehabt. Denn das war ein kurzes Bankett. Ein sehr kurzes Bankett. Dir wird klar, dass es eine große Ehre für dich ist, für Haus Gryffindor ausgewählt worden zu sein. Du hörst ein Gerücht darüber, dass eine neue Kartenkombination im Nammelkarten beeinflusst. Ja, und den müssen wir auch erst suchen. Ah, eine Karte. Auf Deutsch, jetzt können wir auch Karten suchen gehen. Da rushen war, kurz mal alle Tische ab. Wie... 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 Und wie eine Karte und eine Karte, Dann dauert das Ewigkeit. Und der hat so eine gewisse Range-Dianyms... ...um Karten zu pinnen. Das kann man sich sehr gut merken. Da war glaub ich noch die Erwandte. Eine Wildkeitüttelte, Hexe und Zauberberen Nein. Neeeeee! Aber irgendwie hatten doch irgendwelche Spüle noch total zusammen. Der Dumbull dua-duh, Spüle. Dann können wir jetzt hier suchen. Auf Peppels Rang... ...poliert werden, ja ne. Ja, ich lese auch nicht alles vor, aber... ...nur so interessante Sachen lese ich vor. Alles andere müsste halt pausieren oder drauf hoffen, dass ich gerade Bock habe, es vorzulesen. Ja, ja, ich weiß, dass überall nirgends Karten versteckt sind. Ja, 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 ist gut. So, ich wusste doch, da ist irgendwo eine Karte. Auch wenn es nervt mit dem ganzen Angequassel. Und hier wird er noch schlimmer. Ah, der Junge mit der Brille sieht auch fast aus wie Harry war. Ist er aber nicht. Ist er definitiv nicht. Oh, Kürbispastete, schön. Okay, da habe ich jetzt alles durchgesuchtet. Äh, gesucht. Ja, genau, gesucht. Nicht gesuchtet. Suchten tun wir später. Schon schlimm genug, dass wir den Gryffindor gesucht haben. Ja, ja, immer diese Süchte. So, 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 so sind jetzt die Räume drauf. Ja! Jetzt können wir das Erdgeschoss durchsuchen. Entschuldigung. Oh, was ist denn da mit? Werden wir es noch rausfinden in diesen Parts? Ich befürchte ja. Keine Kombi. Ja. 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 Na ja. Na ja. Diese Karten, die sie überhaupt kompiziert haben... Echt schlimm, so was. Ja. Da ist aber noch nichts wirklich Interessantes. Ist hier was Interessantes noch drin? Ich glaube da war irgendwo was. Ich weiß noch nicht wo. Ah, da! Kessel. Aber dann ist auch da die Tür möchte ich nicht, jetzt wird mich gesund. Mal wieder. Ohoho, süße kleine Herstklässler! Überall wo man ihn sieht! Wer nimmt dich Peeves? Oder soll ich den blutigen Baron holen? Ich mache doch nur ein wenig Spaß! Wer war das denn? Peeves, der Poltergeist. Nämlich war ihm in Acht. Der blutige Baron, der Hausgeist von Slytherin, ist der einzige der ihn im Griff hat. Ähm, ja, und das ist wörtlich zu nehmen. Soooo, jetzt durchfluchen wir hier die Etage auch noch ein bisschen. Na wobei, nee, machen wir doch nicht. Machen wir später. Ich werde jetzt woanders hin. Das Ziel war, Rift-Nord-Gemeinschaft zu finden. Gehe nicht in Klassenräume, in denen gerade Unterricht stattfindet. Die meisten Lehrer ziehen dir Hauspunkte ab, wenn du ihren Unterricht störst. Äh, nicht gut. Gar nicht gut. Auch du Deutsch, weil ich wissen, ob Unterricht ist, da können wir einfach mal so rum. Einer der Greifenvögel bringt dich zu einem anderen Stockwerk, ohne dass er sich bewegt. Okay. Kesselkuchen. Der Greifvogel wird es nicht gewesen sein. Eine der Greifvogel-Statuen kann dir dabei helfen, in einen anderen Korridor zu gelangen. Ja, dann kann es aber eigentlich nur noch der sein. Ja, und es geht nach oben. Das sind einfach so die Geheimgänge, wo man abkürzen kann und zwar ganz gewaltig. Sei vorsichtig, wenn du unbenutzte Klassenräume gehst. Du könntest dort auf unheimliche Dinge stoßen. Ja, das stimmt. Da kümmern wir uns jetzt aber nicht drum. Da kümmern wir uns in die ganzen anderen Klassenräume später drum. In diesem Part habe ich ein anderes Ziel vor Augen. Wir suchen nämlich... Nein, keine Wildkarten von den nächsten Zauberern, aber schön, dass wir eine haben. Ich schaue unaufhörlich in diese große Kristallkugel, aber ich kann die Zukunft einfach nicht sehen. Ah ja. Du bekommst 176 Sickel, nicht so viel auf einmal. So, das ist sie doch... Ja, eine fette Dame. Und wer sich ans Buch erinnert und so weiter, ne? Können Sie sprechen? Wieso sollte ich nicht sprechen können? Wissen Sie, wo Gryffindor ist? Natürlich weiß ich das. Ich bin die Wächterin von Gryffindor. Okay. Wie kann ich dort hinein gelangen? Du musst mir das geheime Passwort nennen. Aber wie lautet das Passwort? Es wäre doch kein Geheimnis mehr, wenn ich es dir einfach verraten würde. Kleiner Dummkopf. Du musst es schon selber herausfinden. Danke. Dann suchen wir uns wieder einen zu rechts. Hier oben auf der Etage muss es doch irgendjemanden geben, den man anquatschen könnte, oder? Wahrscheinlich nicht. Ah, Geheimgang wieder. Cool, gucken wir aus. Hier. So geheim ist der Geheimgang gar nicht. Noch mal, Sickel. Schön. Du warst doch notiert. Ich habe gehört, dass es an der Ostseite des Korridors eine abkürzungsmögliche Stopp gibt. Ja toll, das interessiert mich jetzt aber relativ wenig. Ich will das Passwort. Kennst du das Passwort für Gryffindor? Der fast kopflose Nick residiert schon sehr lange in Hogwarts. Vielleicht kann er dir ja helfen. Ja und wo ist Nick? Du bist lustig. Das heißt erstmal alle Etagen absuchen. Man kennt das ja. Falls ihr euch wundert was das hier ist, das sind Kugel-Artefakte. Oh Mann, ich bin schon mal hier. So Nick. So, wo ist Nick? Nick, ich suche dich, wo bist du? Was du? Ja hier. Kennst du das Passwort, das man braucht um nach Gryffindor zu gelangen? Ich wäre ein schlechter Ausgeist, wenn ich es nicht wüsste. Wie lautet es? Nun, du könntest mir zuerst einen kleinen Gefallen tun. Was für ein Gefallen? Diese Korridore sind manchmal ziemlich zugig. Wenn man nicht aufpasst, liegt einem gerade dann der Kopf weg, wenn man es am allerwenigsten erwartet. Vielleicht könntest du etwas dagegen unternehmen. Was denn zum Beispiel? Na eine alte Schwul-Krawatte würde mir schon weiterhelfen. Wo kann ich denn eine finden? Ich glaube, ich habe eine in der Eingangshalle gesehen. Auf gut, Leute, ich muss mal hier wieder zur Eingangshalle kommen. So, du jetzt. Dankeschön, Nick. Kannst du da nicht aber auch irgendwo geheim werden? So als Abkürzung? Rickel! Ich war mir eigentlich sicher, dass ich noch nicht an Geheimdang noch gab. Scheinbar nicht. Also laufen wir uns ja. Das könnte noch sehr interessant und lustig werden. Oh, was ist das? Ja, aber mal einen Tag komplett ohne Kämpfe. Das ist ein Zeichen und so. Es ist ein Zeichen und das sind es. Ist das dein nicht mehr Eingang! PraAT-G Pang transitioned. É, Avanti wouldn't. In 15 September passen wir noch hin. supposedly eine kleinerahongische Wiese. Ist emotionslos wie von mir. Das ist also vollkommen normal, dass nun zuletzt ein bisschen feuchter ist oder nass. Na, egal. Aber nicht so nass. Zum Glück spiele ich hier nicht blind, deswegen weiß ich wo. Die Schlucknern Wasserspeier bewachen die Eingangstür des Aufenthaltsraums. Der Lehrer lachen Sie jedoch schlafen Sie. Ah, okay. Ist aber wach. Oh, eine alte Schulkrawatte. Sehr, sehr nice. Wir können aber jetzt wieder richtig nach oben ziehen. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Du kassierig auch hier einen geheimen Typ. Lakritzauerstäbe. Nein, du bist kein geheimen Typ. Du warst ein Lakritzauerstab, als du nicht groß warst. Und in diesem Part packen wir wahrscheinlich nur 20 Minuten. Was mir gar nicht so hart gefallen müsste. Oh, hier noch eine Kase. Du, 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 du. Ich finde das sieht lustig aus. Wir mussten aber auch hier nochmal nach oben. Das war, hoffe ich, die richtige Etage. Ja. Können Sie diese Krawatte gebrauchen? Gibt's alte Schulkrawatte? Sieht aus wie ein Fisch. Genial! Damit bleibt meine Birne da, wo sie Ihnen gehört. Das Passwort lautet... KABUT DRAGONIS! Bis später dann! Oh, Gott sei's gedankt. Damit haben wir das Passwort gefunden. Endlich! Wir haben das Passwort. Wir haben das Passwort. Lalalalalala. Jetzt müssen wir nur noch wieder den Gang finden. Da ist er. Und... Hallo, da bist du ja wieder. KABUT DRAGONIS! Willkommen in Gryffindor, mein Kleiner. Geh hinein! Willkommen in Gryffindor, Harry. Und sieh dich nur um. Ich bin so froh, dass ich endlich hier angekommen bin. Ja, ich auch. Und du hast Gryffindor, dein Haus in Hogwarts gefunden. Hier wirst du leben und lernen. Damit sich jeder zuhause fühlt, wartet eine Kartenkondensation. Wir wollen den Sammlerverein aufnehmen. Oioioioioi. Naja. Damit haben wir die Suche nach Gryffindor endlich mal abgeschlossen. Und ich denk mal, das war's dann auch für diesen Part. Und im nächsten Part gucken wir mal, was uns noch hier in Hogwarts erwartet. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau!